Heyo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Mit Maske auf haben wir jetzt eigentlich alles geschafft, außer Sister Location. Wenn ich richtig liege, dann würde ich nämlich sagen, machen wir jetzt Sister Location. Ich weiß nicht, ob dann auch noch Verklitschen-Level oder zumindest Level dazu kommen, die ich nur mit der Maske spielen kann. Das zeigt sich ja noch nichts an. Aber damit wir das alles fertig haben, was wir hier machen können, würde ich sagen, machen wir einfach jetzt bei Sister Location weiter. Bei Ballora Gallery. Dance! Welcome to Balloras Party Room and Dance Studio. Das wird doch super. Das kann doch noch gut werden. Ballora is looking for you. Don't let her catch you. Get to the exit. Quietly. Stay away from Ballora and the mini-Arena. Okay. Also ist das wieder einfach das, wo ich durch einen Raum durchlaufen muss, oder? Oh. Ich seh nix. Ich seh nix. Ähm. Au. Jetzt seh ich was. Hallo Ballora. Willst du zu tief sein? 5 Minuten. 5 Minuten. 3. Ach. Fiesch am Boden. 1. 2. Exit. Ne, ne. Äh. Bin ich da? Alles gut. Ha! Da vorne dreht sie sich doch. Äh. Äh. Okay. Alles gut. Alles gut. Äh. 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 Die Mini-Rina. Die, weg. Sie hat mich erwischt. War das eine Mini-Rina, die mich erwischt hat, oder war das sie? Okay. Nochmal. Alter, das ist erschrecklich. Wie schnell darf ich hier durch? Da vorne sehe ich sie. Habe ich doch jetzt Zeit, oder? Ich bin nicht schei. Ich habe sie da vorne tanzen gesehen. Wieso hat sie mich getroffen? Deswegen will ich keine System Location. Bin ich ja wieder zu tief, oder? Okay. Nochmal. Restart. Okay. Was ist passiert? War ich zu schnell? Mag ich das nicht? Darf das Spiel nicht? Funktioniert das nicht, wenn ich zu schnell bin? Oder so. Okay, auch nicht zu schnell. Okay. Dann spawns einfach in mir. Und genau neben... Ach, Spiel... Ich bin nicht zu schnell. Ich bin nicht zu schnell. Ich bin nicht zu schnell. Scheiße. Und das ist alles gut. Ich bin nicht zu schnell. Aber ich bin nicht zu schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist jetzt schon wieder, ach man, war da wieder eine Mini-Arena, also ich habe da eine gehört, aber die hätte ja nicht sofort neben mir sein müssen, oder ist die vor mir gespawnt? Die ganze Folge wird einfach nur Ballora sein, okay? Bidi-Bäb Oh, da ist, ah! Ich muss die auch noch dodgen, ah! Bidi-Bäb! Ah! Hilfe! Ich darf nichts machen, während ihr noch spielt, ihre Musik, oder? Weil diesmal bin ich nirgends wo rein, aber wieso hat er noch ein Bidi-Bäb, ey, wie viel wollt ihr mir noch entgegenwerfen? Das ist ein dummes Spiel. Oh! Okay, ich darf wirklich nichts machen, während ihr Musik spielt, glaube ich. Weil die war ja jetzt wirklich weit entfernt. Aber es hat trotzdem gezählt. So lange im Musik spielt, darf ich nichts machen. Okay. Ich habe gar nichts gemacht. Was willst du denn jetzt von mir? Du warst fünf Meter entfernt? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020